Hallo meine Freunde und willkommen zu einem kleinen Tutorial anlässlich der Version V.0.32. Es gab ein paar Neuerungen, unter anderem die Rabbit Fur Boots, den Köcher und ich habe mich das schon öfter selber gefragt, weil es meistens keine vernünftigen Anleitungen gibt. Und die Wasserflasche, die eine kurze Zeit mal im Crafting Buch war, ist ja auch nicht mehr drin. Deswegen werde ich euch mal zeigen, wie ihr diese drei Sachen craftet. Dann fangen wir mal an mit den Rabbit Fur Boots. Dafür braucht ihr 1, 2, 3 mal Rabbit Fur und 2 Seile. Seiliert das und schon habt ihr Rabbit Fur Boots. Das könnt ihr dann natürlich anziehen. Das sieht man jetzt nicht so super gut. Aber die schützen einen vor der Kälte. So und jetzt haben wir mal einen kleinen Cut gemacht, damit ich nicht jedes Mal Rabbit Fur neu sammeln muss. Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit der Wasserflasche. Dafür braucht ihr zweimal Deerskin und ein Seil. Wenn ihr das dann miteinander alles kombiniert, dann habt ihr die Wasserflasche. Die könnt ihr an eigentlich jeder Wasserstelle auffüllen, wenn ihr unterwegs seid. Ihr habt dann zum Beispiel, ihr habt keine Soda mehr da, ihr habt kein Alkohol mehr da. Dann könnt ihr immer noch einen Schluck aus eurer Flasche nehmen. Dann machen wir jetzt noch einmal einen Cut. Und da sind wir auch schon wieder. Und jetzt kommt das letzte für dieses Video. Der Köcher. Neu seit Version 032. Der ist eigentlich ganz praktisch. Da könnt ihr, ich glaube 20 Pfeile mehr, sehen wir ja gleich. Dann mit euch tragen. Da brauchen wir dreimal Rabbit Fur. Und ein Seil. Und hier sind wir miteinander. Und dann habt ihr den hässlichen Köcher. Der hätte echt ein bisschen schöner designt sein können. Stores up to 20 additional arrows. Und ich finde das eigentlich mal auch eine ganz praktische Unterbringungsmöglichkeit für die Pfeile, die ansonsten lose im Inventar rumliegen. Ich hoffe, das Video, das hat euch ein bisschen weitergebracht. Hat jetzt ein paar Fragen beantwortet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.